hallo und herzlich willkommen zu mr luke zock pro cycling manager 2021 heute geht es direkt weiter mit teil 2 von paris nizza und terreno adriatico dem französisch italienischen medley hier sozusagen der konferenzschaltung wir befinden uns gerade bei paris nizza etappe 6 von 8 und haben heute mal ein etwas bergigeres profil auf dem speiseplan ich versuche jetzt einfach mal mit fabio aru in die ausreißer gruppe zu gehen heute ich gebe es auf ich gebe es einfach nur auf ja guckt euch die leisten an von kleiss bennett und aru ich rede von der gelben leiste der fahrer ich glaube ich habe gerade mit jedem wahrscheinlich so sieben bis neun mal versucht auszureißen aber meine fahrer dürfen einfach nicht weg selbst fabio aru bei aller liebe früher mal ein großer fahrer und jetzt immer noch ein großer name aber guckt euch die werte an der ist fast 14 minuten zurück warum darf der nicht wegfahren ich verstehe es nicht kleiss und bennett hätte ich ganz gerne noch als helfer mit dazu gehabt aber ja sei es drum also ausreißer gruppe geht leider nicht dann muss ich mich damit begnügen dass ich nachher so lange wie möglich mit google und ja genau als sein helfer bei den top favoriten mit dabei bleibe jo also so hart ist das rennen nun auch wieder nicht es ist zwar hart genug dass ni solo hier leider den anschluss verloren hat vielleicht schafft das in der abfahrt noch mal zurück aber im peloton sind immer noch über 70 leute hier und die favoriten die vorher auf dem plan standen ja woods und co nee nicht so wirklich ich glaube das wird nachher sprinter machen es gibt zwar noch ja der die zielgerade quasi ist leicht ansteigend aber hier sind bestimmt noch genügend leute drin wie so ein laport wenn er noch bei kräften ist für den das irgendwie was sein könnte auch ein google wenn er jetzt eine gute tagesform hätte das würde ihm eigentlich richtig entgegen kommen schade ich weiß nicht wie viel kraft der am ende noch hat aber hier bei der sprint wertung wo es noch mal leicht berg hoch gehen wird das feld sicherlich nicht mehr auseinander fliegen das wird nachher ein massensprint leicht bergauf werden meiner meinung nach zahlreiche attacken jetzt aus dem hauptfeld damit hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet aber im flachen quasi was denn hier los ja aber so richtig ernst nimmt das hier irgendwie doch keiner ich verstehe es nicht jetzt ist das hauptfeld eigentlich wieder beisammen ich will hier eigentlich nicht hinterher fahren aber vorne haben sich jetzt doch tatsächlich hier ein paar leute weit genug abgesetzt und fast eine minute vorsprung ich bin sehr skeptisch dass wir da noch mal rankommen ja ich muss jetzt einfach zusehen dass ich wenn ich die etappe irgendwie gewinnen will muss ich hier selber hinterher fahren glaube ich wenn es gibt doch mal gas junge ja nur noch fünf kilometer das sieht vorne für der fendt gar nicht mal so schlecht aus bin gespannt wie steil die rampe am ende hier nachher sein wird letzten zwei kilometer der fendt und champesson sind bei der 1 km marke jetzt der bergauf sprint ja das feld rollt an uns vorbei und champesson gewinnt mit sicherheit bilbao kommt hier an aus dem hauptfeld ich bin mit google einfach mal gesprintet aber komme ich glaube ich eh nicht mehr ran oh michael google schafft aber leider auch nicht mehr auf den dritten platz wird vierter champesson vor bilbao und der rent und erst dahinter google und dann kommen die ganzen konchere und bergfahrer wie woods kwiato martin caruso und co komische etappe muss ich sagen dachte ehrlich gesagt dass es hier mehr ein ausscheidungsrennen wird bei den bergen davor aber das peloton ist ja größtenteils komplett zusammengeblieben sodass da auch ja sprinter noch fast folgen konnten mensch hätte ich doch nur fabio aro in die scheiß ausreißergruppe kriegen dürfen dann hätte der am ende gewonnen ich sag's euch mal sehen ob wir hier jetzt mehr glück haben etappe nummero vier von sieben von tireno adriatico wir sind immer noch mit clark und pozzovivo ganz vorne in der gesamtwertung hier haben wir jetzt aber am ende zwei ht anstiege die sind natürlich sehr sehr kurz wie man sieht auf dem profil aber mit sicherheit ekelhaft steil ob ich da mit den kletterern mit halten kann mal gucken aber wir fahren auf jeden fall ganz vorne mit unserem team rein auch pozzovivo hat sein fitness peak erreicht da hoffe ich doch mal dass der alte italiener hier am ende mit den besten leuten mithalten kann wir springen rein ins rennen noch 35 kilometer walscheid hat hier auf für ihn nicht so kannte im terrain gute arbeit geleistet die etappe ist ja sehr wellig ich habe hier das rennen eigentlich ganz gut kontrolliert die ausreißer oder es ist nur noch einer simon geschke nur noch rund eine halbe minute vorne und ja die letzten 30 kilometer versuchen wir dann nun so gut wie möglich für domenico pozzovivo zu gestalten der wird hier heute der kapitän des renns sein denn simon clark man sieht es hier minus drei tagesform absolut bescheiden deswegen ja habe ich ihn jetzt zum helfer degradiert der wird hier auf den beiden flusssteigungen sicherlich nicht mehr das zeug haben um ganz vorne mitzufahren wir konzentrieren uns also auf pozzovivo die ausreißer sind nun alle eingeholt wir fahren jetzt zum ersten mal den cappuccini hoch dann können wir hier auch jetzt mal sehen wie der anstieg sich denn gestaltet ja nicht mal zwei kilometer lang aber 13 prozent steil kampenaz wird hier gerade weggeblockt nicht so ideal ja wahnsinnig steil der anstieg mehr kann man da eigentlich nicht zu sagen da habe ich einfach auch nicht so die richtigen leute für aber wir versuchen hier jetzt mal mit 99 drüber zu gehen ich muss ich muss mich besser positionieren ich bin viel zu weit hinten zum glück sind hier amador und badé ich bin noch nicht allzu weit weg jetzt geht es einmal in abfahrt rein und dann ziemlich direkt danach nochmal den anstieg hoch und danach dann nochmal wieder runter und da ist dann auch quasi schon das ziel also man muss ganz oben am anstieg sein oh Roma badé ist hier jetzt gerade zu fall gekommen das ist natürlich ungünstig nur noch amador vorne grün und kampenaz die beiden zeitfahrer versuchen jetzt schnell hinterher zu setzen hier ist jetzt die zieldurchfahrt dann sehen wir das auch einmal wie das dann da aussieht gleich na ganz sind wir immer noch nicht dran Diego Ulyssi kommt jetzt hier nach vorne ich fahre jetzt mit kampenaz von vorn der kann nicht mehr Rob Power muss übernehmen versuche hier mal mit kampenaz die Leute weg zu blocken na 99 Einsatz ist zu viel 90 eigentlich auch Pozovivo stirbt hier leicht am Hinterrad von Power Wout van Aert kommt kann ich da folgen nicht wirklich Rob Power gibt alles kommt hier aber nur als zweiter über die Kuppe van Aert reißt hier eine Lücke ich denke der wird das Ding gewinnen ja Rob Power ist hier jetzt in der 6er Gruppe mit Pozovivo können wir immerhin danach eine Lücke reißen um fürs GC wertvolle Zeit zu bekommen insofern Pozovivo vorne dabei bleibt ist ja eigentlich alles gut ich sprinte jetzt hier einfach mal hier kommt er ja ohnehin nicht mehr die letzten 700 Meter Wout van Aert wird das Ding gewinnen so sieht es aus auf welchem Rang landet Rob Power Aran Bugo und Roglic werden zweiter und dritter Rob Power fünfter und Pozovivo siebter danach sollte eigentlich weiterer Zeitabstand sein bevor die nächsten Leute ins Ziel kommen Wout van Aert hat hier am Ende 21 Sekunden auf uns herausgefahren und danach folgen dann mit 39 Sekunden Rückstand Kurt Nielsen, Valverde und Co. das Gesamtklassement sieht nun wie folgt aus Wout van Aert auf Rang 1 27 Sekunden vor Pozovivo auf Platz 2 und dahinter dann folgen mit 50, 51 Sekunden die weiteren Ränge ich bin mal gespannt das wäre natürlich ein super Erfolg wenn wir mit Pozovivo auf dem Podium bleiben können wir switchen wieder rüber zu Paris Nizza da geht es jetzt richtig ans Eingemachte denn wir haben am Ende eine Bergankunft Fabio Aru war leider am Start zu schlecht platziert der wurde da jetzt auch, da es direkt hoch geht auch im Feld weggeblockt da habe ich es wirklich nicht hinbekommen den hier in die Ausreißergruppe zu setzen aber immerhin hat es mit Sergio Inao geklappt der hat heute auch eine gute Tagesform also versuche ich jetzt mit ihm hier auf den Etappensieg aus der Ausreißergruppe zu gehen falls sich nachher nochmal die Gelegenheit bietet da Aru natürlich heute auch so einen guten Tag hat werden wir es auch mit ihm nochmal versuchen es geht nun rein in den Schlussanstieg der ist circa 16 Kilometer lang ist hier leider nicht detailliert ausgewiesen deswegen können wir uns kein konkretes Bild über die Steigungsprozente machen die Ausreißergruppe geht mit einem Vorsprung von knapp 3 Minuten jetzt hier in den letzten Anstieg rein im Hauptfeld sind als wichtigste Fahrer noch Michael Gogl und Fabio Aru mit dabei das Tempo wird jetzt hier von EF Education Nippo übernommen Gogl sieht auch nicht mehr so allzu gut aus also ich vermute mal der 10. Platz in der Gesamtwertung wird hier wahrscheinlich jetzt am Ende auch nicht bestehen bleiben dafür ist der Bergwert von 70 für diesen Flussanstieg wohl einfach nicht hoch genug so die KI attackiert hier jetzt mal wieder wild wie sonst was das heißt auch die Ausreißer sind Geschichte zumindest teilweise Enao wird hier jetzt auch aufgefahren vorne fallen alle nacheinander zurück im Hauptfeld haben wir jetzt nur noch Fabio Aru denn auch Michael Gogl kann nicht mehr dem Tempo standhalten ich versuche jetzt einfach mal mein Tempo hochzufahren mit einer 75 das ist wahrscheinlich für Enao auch zu viel des Guten lasst den jetzt mal etwas zurückfallen und benutzt ihn als Helfer für Fabio Aru wie sieht aktuell das Rangeschehen aus vorne ist Wingegard noch übrig geblieben von der Ausreißergruppe der war da natürlich auch eindeutig der Beste der könnte das theoretisch auch durchziehen bis zum Ende würde ich mal sagen aber die ganzen Favoriten um Dumoulin, Thomas und Carthy Entschuldigung kommen da natürlich auch schon jetzt an Aru ist gar nicht mal so schlecht platziert aber gleich ist auch seiner Energie aufgebraucht folgen wir jetzt hier mal weiter für ganz nach vorne wird es wohl nicht mehr reichen Lopez hat jetzt hier die Spitze übernommen mit Wingegard ich bin gleich am gelben Trikot dran muss aber auch ein bisschen langsamer fahren sonst ist auch Aru gleich am Ende seiner Kräfte angelangt der letzte Kilometer oder der letzte halbe Kilometer für die Männer ganz vorne und schafft Wingegard es am Ende aus der Ausreißergruppe hier die Etappe zu gewinnen es sieht ganz danach aus zweiter wird Lopez Aru macht hier eine ziemlich gute Figur muss ich sagen leider hat es bislang ja mit dem Etappensieg noch nicht geklappt auch weil ich ihn nicht in die Ausreißergruppe gekriegt habe aber naja immerhin jetzt hier bei einer Bergankunft ein Top 10 Ergebnis Aru landet am Ende auf dem 9. Platz wir werfen einmal einen kurzen Blick aufs Gesamtklassement nach Etappe 7 und sehen Michael Gurgel ist schon weit zurück mit 7 Minuten 16 also ja da wird MTC einfach keine Top 10 Platzierung mehr möglich sein leider weiter geht es mit Etappe 5 von Tirreno Adriatico ein sehr hügeliger Parcours mit einer ansteigenden Zielgerade mit einem kleinen Berg am Ende ich vermute mal für ja punchy Leute wie Rob Power oder Simon Clark wird es wahrscheinlich zu anspruchsvoll sein aber ich versuche einfach Pozzo Vivo möglichst weit vorne im DC zu behalten Etappensieg ist wahrscheinlich für ihn nicht möglich da ist er im Vergleich zu den anderen Top Favoriten hier Boglitt von Art weil Werde Pitcock und Co einfach nicht punchy genug noch knapp 57 Kilometer das Rennen nimmt jetzt richtig Fahrt auf wir kommen jetzt hier auf diesen Rundkurs wo es eigentlich ständig rauf und runter geht und ja einmal haben wir den Recanati Berg bereits bestiegen und mussten da jetzt feststellen dass es für Pozzo Vivo heute ziemlich schlecht aussieht minus 1 Tagesform ist nicht optimal aber ich hätte nicht gedacht dass es ihm so an Kraft mangelt also es sind noch 105 Leute im Peloton und der ist gleich schon weg vom Fenster da können wir uns natürlich von ja wahrscheinlich auch einer Top 10 Platzierung im GC wir beobachten den kleinen Italiener hier mal können wir uns auch von einer Top 10 Platzierung auf jeden Fall verabschieden das ist bitter das ist wirklich bitter vorne sind noch zwei Ausreißer Kron und Carboni die spielen im GC aber keine Rolle dann dahinter noch Edmondson und mit einem Rückstand von knapp 2 Minuten kommt das Hauptfeld ja wenn Pozzo Vivo hier nicht folgen kann dann versuche ich einfach mit Rob Power möglichst weit vorne zu bleiben Power mit einem Rückstand von 1,58 im GC auch für den Etappensieg da habe ich ansonsten eh keine andere Option der hat heute eine super Tagesform sehr schöne sekundäre Werte vielleicht ist das ja dann doch eine Möglichkeit nachher Pozzo Vivo kann nicht mehr folgen auch Simon Clark ist am Ende seiner Kräfte ich muss jetzt hier übernehmen und mit Campenas fahren vielleicht kann Simon Clark nochmal einmal die Leute mit Wasser versorgen wie sieht es aus Pozzo Vivo mit Hängen und Würgen bleibt er hier noch fast in der Gruppe dran er verliert jetzt leider den Anschluss in der Abfahrt ich stelle jetzt Pozzo Vivo hier noch einen Helfer an die Seite vielleicht klappt es in der Abfahrt nochmal ranzukommen während hier jetzt Bardet und Soler auf dem Boden liegen ja von uns sind aktuell noch drei Fahrer im Hauptfeld Campenas, Schmidt und Power das Peloton bestimmt noch aus 37 Leuten und jetzt geht es nochmal rauf auf den Rekanati noch 24 Kilometer und wir haben hier jetzt Steigung von 18% 19% Wahnsinn Rob Power ist nun inzwischen völlig auf sich alleine gestellt die Gruppe fällt immer weiter auseinander 20 Mann noch der ist noch gut dabei aber hat leider nun auch keinerlei Helfer mehr an seiner Seite und nein unfassbar Rob Power stürzt das darf doch nicht wahr sein verdammt ja Campenas und Schmidt sind jetzt sogar noch weiter vorne was mache ich jetzt am besten ja die haben eigentlich auch keine Chance ich lasse die zurückfallen das macht alles keinen Sinn naja ja Gesamtwertung können wir uns von verabschieden vielleicht gleich auf den nächsten Etappen nochmal um Etappensiege mitfahren aber hier jetzt ist leider nichts mehr zu machen ich versuche jetzt hier nochmal auf der letzten Schlusssteigung alles aus Rob Power herauszuholen Maurisch Schmidt gibt jetzt nochmal die letzten Körner die er hat jetzt ist Power wieder auf sich alleine gestellt leider durch den Sturz war da einfach nicht mehr möglich hier heute am Ende Platz 18 auf der Etappe Masnada gewinnt die Etappe vor Wout van Aert und Alejandro Valverde Power verliert 2 Minuten 43 wo ist Pozzo Vivo Pozzo Vivo verliert über 6 Minuten ja das heißt insgesamt Power auf Platz 15 Pozzo Vivo auf Platz 18 leider ziemlich enttäuschend Wout van Aert ist hier noch der Führende von Tireno Adriatico mit einem Porschworn von 56 Sekunden letzte Etappe bei Paris Nizza hier nochmal einmal mit einem hügeligen leicht welligen Parcours der aber wahrscheinlich auf so einen Sprint aus einer reduzierten Gruppe hinauslaufen wird würde ich mal vermuten ja vielleicht könnte das was für Michael Gogel sein vielleicht schafft es Nizolo sogar mit guter Form sich da über die Hügel zu schleppen als Favoriten werden hier wieder die DC Leute genannt da bin ich aber mal gespannt vielleicht wäre das echt sogar was für Nizolo wir fahren rein in den letzten Anstieg des Tages Kategorie Vierberg dann gibt es eine kurze Abfahrt und dann so eine leicht ansteigende Anfahrt aufs Ziel ja bislang konnte Nizolo recht gut mithalten aber es wurde natürlich auch immer wieder dann absteigen beziehungsweise flach und hier ist jetzt das Etappenfinale ja doch immer noch leicht ansteigend also wird es vermutlich viel zu schwer für ihn sein und da gehen die ersten Attacken Mike Woods versucht jetzt hier sein Glück genauso wie Formulo und Vlasov ich fahre jetzt einfach mal mit Bennett hinterher ja für Nizolo wie gesagt wahrscheinlich zu hart wir gehen mal mit 99 drüber in die Abfahrt rein Bennett wird hier jetzt von Kwiatkowski leicht weggeblockt Nizolo hängt noch gerade so hinten dran da ist jetzt das Feld einmal gerissen ja 37 Leute noch Gogel hat leider auch keine so gute Tagesform versucht das jetzt hier kontrolliert zu fahren Vlasov attackiert nochmal vielleicht kann ich mit Dimitri Kleiss im Print am Ende das Ding holen die letzten viereinhalb Kilometer Angriff von Giniets Vlasov auch gleich am Ende aber ja Gogel kann auch eigentlich nicht mehr viel ausrichten Gogel übernimmt Nizolo ist leider abgerissen Vlasov immer noch knapp vorne Gogel mit seinen letzten Kräften jetzt übernehme ich mit Kleiss ja ich habe auch keinen mehr der mir den Sprint irgendwie anfahren kann ich versuche einfach mal Stora zu folgen die letzten 900 Sprint ich hänge mich an Stuart dran aber der Franzose ist zu schnell nein Garen Thomas Stuart konnte am Ende nicht mehr Garen Thomas wahrlich kein Sprinter aber hatte hier am Ende noch die meisten Kräfte britischer Doppelsieg Thomas vor Stuart und dann die beiden Belgier Benot und Kleiss wird vierter am Ende für uns kein schlechtes Resultat aber ich hätte natürlich gerne noch ein Etappensieg hier am Ende erzielt ja am Ende bedeutet das für Paris Nizza das folgende Ergebnis Gogel 15. MGC mehr ist da nicht vorzuweisen ansonsten haben wir die erste Etappe mit Gogel gewonnen vor Nizolo Top 3 Platzierung Nizolo eine Sprint Etappe gewonnen mit ihm und ansonsten nichts weiter das heißt zwei Etappensiege solide und somit natürlich auch das Ziel des Sponsors hier erfüllt welches daraus bestand einen Etappensieg zu feiern am Ende waren es zwei auch wenn ich mir noch mehr erhofft hatte so jetzt kommen wir auf die nächste Etappe von Tirino Adriatico die über Wien flach ist da wird es dann wohl auf einen Sprint hinauslaufen Max Wallscheid hat seinen Baumhöhepunkt erreicht so dass ich hier im Sprint mit Clark und Wallscheid wieder mitmischen kann vielleicht bietet sich jetzt auch mal eine Gelegenheit für eine Ausreißergruppe beispielsweise für Viktor Kampenaz hier denn ja im GC spielen wir keine wirkliche Rolle mehr das heißt da müssen wir jetzt auch keine Helfer irgendwie zurückhalten für Pozo Ivo ich habe mir hier mal was ganz besonderes überlegt und zwar schaut es euch an Massenattacke von meinen Leuten ich vermute mal dass ich wahrscheinlich nicht weggelassen werde wenn ich hier jetzt mit so vielen Leuten in die Gruppe gehen will wird wahrscheinlich nicht erlaubt werden hier vorne ist gerade eine elfköpfige Gruppe aber ich weiß noch nicht ob es dabei bleibt das wäre natürlich sehr schön hier geht es jetzt berg hoch deswegen haben meine unterschiedlichsten Fahrer hier auch Probleme teilweise zu folgen aber das wird sich gleich schon wieder einpendeln so wir sind nun vorne mit viermal Kubika Assos das Peloton hat aber auf jeden Fall was dagegen ich versuche es jetzt einfach mal hier mit Gewalt denn die Tagesform war zu verlockend und ja Pozo Ivo habe ich mir auch gedacht vielleicht wenn die Gruppe durchkommt der wird natürlich niemals die Etape hier gewinnen aber wenn die Gruppe durchkommt kann ich mich vielleicht im GC noch verbessern und ja die Option B wenn das alles nicht wird mit der Ausreißer Gruppe dann habe ich noch Simon Clark für den Sprint Max Wallscheid hat auch eine super Tagesform ja so dass ich hier hoffe dass ich mit Campenaz oder Wallscheid um den Etappensieg mitfahren kann aber ja höchstwahrscheinlich wird das nicht von Erfolg gekrönt sein leicht veränderte Rennsituationen diese vier Fahrer sind noch übrig geblieben aus der Ausreißer Gruppe das heißt ich habe hier jetzt drei Leute mit Wallscheid Campenaz und Pozo Ivo vorne einen Eindringling sozusagen mit Lammerting und wir haben einen Vorsprung von zweieinhalb Minuten aufs Hauptfeld leider ist Mauro Schmidt der musste sich so ein bisschen opfern wieder zurückgefallen hier jetzt gerade über die Anstiege oder den Kategorie 1 Berg und danach auch diesen kleinen Anstieg hat sich das Ganze ein bisschen dezimiert da musste ich nochmal auf die Tube drücken damit uns das Feld nicht einholt jetzt ist der Vorsprung relativ stabil aber zweieinhalb Minuten bei noch 110 Kilometern da habe ich leider nicht allzu große Hoffnung und ich muss natürlich auch noch mit meinen Kräften haushalten die Ausreißer Gruppe ist leider sehr klein es wäre mir lieber gewesen wenn wir mit elf Leuten geblieben wären so wie vorher da hätte ich mir die Arbeit mit den anderen natürlich noch aufteilen können Campenaz hat hier jetzt seinen Motor angeschmissen und inzwischen den Vorsprung auf über vier Minuten anwachsen lassen ich habe so langsam Hoffnung vielleicht haben wir ja doch eine Chance bis ins Ziel zu kommen wenn im Peloton hinten keine Einigkeit herrscht von den Sprinter Teams um uns wieder einzuholen ich werde auf jeden Fall alles dafür geben leider hat das Peloton jetzt mächtig Fahrt aufgenommen und kommt unaufhaltsam näher bei 40 Kilometern die noch zu fahren sind ist der Vorsprung unsererseits jetzt auf unter zwei Minuten gesunken also das wird wohl leider nichts werden ach verdammt wenn ich doch einfach nur ein bisschen mehr Mithilfe gehabt hätte und selbst ein Fahrer von mir mit Mauro Schmidt hätte noch vielleicht den Unterschied ausmachen können ich kann jetzt einfach nicht auch wenn ich gute Fahrer dabei habe mit Weisheit und Campenaz auf dem Flachen ich kann jetzt einfach nicht eine 80 bis ins Ziel durchhämmern oder sowas so dass wir wahrscheinlich gleich kassiert werden ich glaube es ja nicht da ziehe ich den Lammating den ganzen Tag hier mit durch es spielt keine Rolle mehr wir werden gleich sowieso eingeholt aber jetzt attackiert er mich auch noch ich glaube es ja nicht Weisheit gibt hier gerade alles den Vorsprung noch über die letzten 20 Kilometer hier durchzubringen und dann attackiert mich der Niederländer einfach unfassbar naja der sucht jetzt nochmal das Heile in der Flucht aber auch ihm wird es hier nicht gelingen vorzuwivo unterdessen kann ich mehr dem Tempo folgen und wird jetzt hier gerade eingeholt und ja ihr seht's ich kann jetzt eigentlich auch rausnehmen das hat keinen Sinn schade schade als Ausreißer gewinnen ist auch immer so eine Sache wann ich euch versprechen kann dass ich es auf jeden Fall darauf anlegen werde ist bei einer Ground Tour in der dritten Woche das funktioniert erfahrungsgemäß immer ziemlich gut aber ansonsten selbst bei einwöchigen Rundfahrten finde ich ist das in PCM eigentlich so gut wie unmöglich weil das Peloton einen sowieso zu 99% wieder einholt so dann versuchen wir jetzt einfach das Beste draus zu machen Simon Clark ist zwar nicht wirklich ein Sprinter aber als Anfahrer haben wir in den letzten Wochen schon immer gesehen dass er mehrere zweite Plätze hatte also warum nicht jetzt auch mal alles auf Simon Clark setzen in der Hoffnung dass er auch hier ein möglichst gutes Resultat erzielen kann was anderes bleibt mir gerade sowieso nicht mehr übrig so Mauro Schmidt nutzt seine letzten Kräfte fährt hier nochmal an bevor Harry Tenfield jetzt hier als Anfahrer dient er zieht jetzt hier mal den Sprint an die letzten 800 hier kommt nochmal eine Kurve ich gehe jetzt einfach mit Clark schon mal raus aber leider Corsenefrois und Matthews zu stark Simon Clark landet auf einem guten dritten Platz aber auch hier reicht es leider nicht mehr für den Sieg was am Ende also noch übrig bleibt ist das Abschlusszeitfahren das werde ich jetzt einmal simulieren und wir sehen am Ende gewinnt Stefan Küng hier das Zeitfahren bester von uns ist Max Wahlscheid auf dem 9. Platz insgesamt auch hier im Gesamtklassement eine überragende Leistung Platz 16 und 20 von Power und Porto Vivo und was die Etappensiege anbelangt ja haben wir das Auftakt Mannschaftszeitfahren simuliert aber dennoch gewonnen zudem war Simon Clark nah dran auf Etappe 3 Zweiter Wahlscheid Vierter und auf Etappe 6 zu eben Simon Clark auch nochmal auf dem Podium aber ja leider nur der simulierte Sieg im Mannschaftszeitfahren der Vollständigkeit halber werfen wir nochmal einen Blick auf die Sponsorenziele und sehen hier Paris, Nizza und Tireno alles im Soll wir haben mindestens eine Etappe gewonnen dementsprechend befinden wir jetzt uns auch was die Zufriedenheit anbelangt im Bereich Supererfolg das würde dann bedeuten dass wir im nächsten Jahr genau 100.000 Euro monatlich mehr an Budget zur Verfügung hätten soweit so gut für heute das war es dann jetzt also mit Paris, Nizza und Tireno, Adriatico im nächsten Teil starten wir dann rein mit Mailand Sanremo und der Katalonien Rundfahrt zudem haben wir über die nächsten Wochen dann auch noch eine einige belgische Klassiker auf dem Programm wie Brugge de Panne, E3 Gent-Velwegerm und Dwarstdorf-Flanderen ich hoffe die Folge heute hat euch gefallen dann hinterlasst mir doch gerne einen Like und einen Kommentar und abonniert den Kanal sofern ihr dies noch nicht gemacht habt um keine Videos zum Thema Pro Cycling Manager 2021 zu verpassen ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein wenn es heißt Mr. Luke Zock Pro Cycling Manager 2021 macht's gut ciao